jo 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 freunde was geht ab willkommen zum neuen shop video von hank tv 49 ich hoffe euch geht's gut falls ihr neu seid lasst gerne ein abo und ein like aktivite glock um nichts zu verpassen und gibt sehr gerne mein creator code hank tv 049 im shop ein danke für den support ihr lieben so morgen um 10 uhr also gleich um 10 uhr ist das neue update da mal gucken was neues reinkommt ich denke mal slurp bazooka kommt rein und jetzt zum shop let's go die neon skins sind wieder da die neon skins die sind recht unerwartet bekommen dann haben wir hier einmal auf jeden fall das ganze paket für 2500 v bucks ihr lieben dann haben wir einmal puls dem männlichen skin farblich auf jeden fall gefällt der skin mir plus back bling und smiley und emoji sieht nice aus dann haben wir einmal die dame die weibliche version sieht auch nicht schlecht aus plus back bling ein stern ein lächelnder stern auf jeden fall sehr sehr nice dann haben wir in der packex hier die hört sich auf jeden fall sehr sehr nice an dann haben wir hier ein hängegleiter und schmetterling sieht sehr 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 fresh aus und eine lackierung so wenn ihr schießt sieht das so aus und ja das sind die ganzen modelle bei den waffen das ganze für 2500 statt 5500 die lieben kann man sich auf jeden fall können und dann gibt es die ganzen teile noch mal hier einzeln die skins 2500 hängegleiter für 1200 tarnung für 500 und die pickaxe für 800 die lieben so dann haben wir hier noch mal ein weiblichen skin sieht sehr 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 nice aus für 1200 plus back bling back bling auch sehr gelungen schöner skin auf jeden fall dann haben wir dazu noch mal eine pickaxe für 500 doppelhändig hört sich gut an eine lackierung die meiner meinung nach bisschen langweilig ist 300 dann haben wir den süßen skin luft da für 1200 plus back bling mit zwei messern hier und schön kristall so eine schöne pickaxe noch hört sich gut an 800 was haben wir noch noch schönes rennt fieber rennt fieber in zwei verschiedenen stilen aber mitteilen aber ohne helm für 1500 plus back bling back bling feier ich im rucksack mit einem schwert dran kann man sich auf jeden fall können so dann haben wir hier noch mal doppeltes spiel ein weiblicher skin sieht sehr sehr fresh aus plus back bling eine muschel am rücken für 1200 die lieben haben wir noch mal eine schöne pickaxe für 800 farblich auf jeden fall ultra geil wir die bauen uns ist wieder da heftiger emote war ich sehr für 500 ansteckend 500 da dreht auf jeden fall der skin durch so knacks für 200 auch was cooles du das was vom shop ihr lieben wie ihr sehen könnt snack ice ist noch drin und das neue fortnight true paket ist drin ihr lieben dazu habe ich auch ein video gemacht könnt ihr euch gerne anschauen das war es auf jeden fall vom neuen shop ihr lieben falls ihr neu seid lasst gerne ein abo und like der aktivität glock um nichts zu verpassen und gibt sehr gerne mein creator code hängt wie 049 im shop ein danke für den support ihr lieben kommentiert mal gerne wie ihr den heutigen shop so findet und kommentiert welche farbe wir als nächstes hier im raum haben möchten ich wünsche euch eine gute nacht bis morgen meine freunde